hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part von wir müssen das eigentlich alles nochmal machen weil wir beim letzten mal haben wir bei der krönung stimmt wir haben mit elga geredet und dann hat die sich krönen lassen und dann ist irgendwie ein paar tage vergangen ohne dass ich noch mit den anderen gequackt habe jetzt muss ich das ganze noch mal machen mehr oder weniger ich bin granted this power by the goddess herself truly you must be a very special individual maybe saros transformed before receiving her revelation to i haven't heard anything about that before maybe that part never found its way into the legend it is told that saros had a revelation instructing her to use her power for good and to leave the people of land to salvation i wonder what sort of revelation you might have professor wird krass die wird mega jetzt muss ich noch mal kurz mit mercedes vielleicht hat die mercedes ja auch was verloren wow wie lange kam wie haben wir äh ich hab neue hau er übertreibt es auch minimal einfach einfach nur minimal natürlich ich habe hier raten eigentlich nicht aber moment das wörterbuch das gehört doch petra habe ich mit petra schon geredet bin ich sie vielleicht ich glaube petra gehört das wörterbuch ich kann wieder gärtnern pflanzen legen weil wir haben das geld ja aber eigentlich suche ich petra das steht kein ding mache ich doch gerne so das heißt wir haben hier wir haben die abgeschlossen immer jetzt mal zum stall und dann können wir uns nicht kurz hochwagen gehen dann haben wir schon mal die hälfte wieder hinter uns es ist halt wirklich sehr viel renne und gemacht und getan aber du gehörst da jetzt nicht Ich bin ein bisschen bei ihr, so ein bisschen nach dem Markt hier spielen. Halt, andersrum. Ja, die ist auch ein bisschen suspicious, die Frau, ne? Sind wir mal ganz ehrlich, ich traue der Alten aber auch nicht über den Weg. Ja. Ich höre, dass Frau Reia Sie für dieses Monat ist. Sie ist die Pillar, die unterstützt die Hörer von Fodlan. Sie ist die Sicherheit. Ich hoffe, dass es keine Probleme gibt. Wo? Wie, wo? Danke, dass du mir das bringst. Das Leben ohne es war schwierig. Nein, das... 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 Was kann ich bei dir für eine Fortbildung machen? Nichts, was mich interessieren würde. Ja, ob das so gut ist, ich weiß ja nicht. Sag mal, Leonie! Heya! Du bist bestimmt durchwisch gewesen. Du bist bestimmt durchwischet. Du bist bestimmt durchwischet. Du bist nicht durchwischet. Du bist ein Ritual in der Holy Tomb. Du bist nicht? Ich weiß, was passiert. Du bist sicher, dass du gut bist. Aber nicht verhäßt, wer du wirklich bist, okay? Du bist nicht verhäßt. Du bist nicht verhäßt. Und du bist nicht verhäßt. Du bist immer noch die neue Macht. Du bist immer noch die gleiche Person. Du bist immer noch die gleiche Person. Du bist immer das. Naja, wenigstens sind wir schon mal so ein bisschen... wieder ein bisschen weniger geworden von den Items her. Ja, aber du willst doch ganz ehrlich, ich glaube, solche Leute wie Caswin hier zum Beispiel, die wollen doch nicht wirklich Frieden haben. Weil sind wir mal ehrlich, was macht die denn sonst die ganze Zeit? Die wird am Anfang sagen, oh ja, schön, Pause und so. Aber irgendwann wird die sich einfach langweilen. Irgendwann wird die sich sagen, boah, das ist so langweilig. Keine Schlacht, keine Gegner, die zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Wird sich doch selber langweilen. Kann die mir nicht erzählen, dass die denn was an der Sache haben? Hallo? Ja. Wollen wir beim Papi vorbeigucken? Die Tri Eisner und Javilt Eisner. Hat sie um... 21 Jahre hat er sie... überlebt. Jetzt mal hier zurück. Silvian! Wieso? Was ist denn noch da? Der war eigentlich auch... Der gehört ja auch zu den blauen Blumen. Cut und Hilda. Was ist denn noch da, Professor? Hat Hanuman gemacht seine »Ich will do no harm«? Oder hat er gesagt, dass dies ein bisschen wird, wenn er versucht, dich zu studieren? Both? Ich habe ein bisschen von Forschung, die ich möchte machen. Nichts so krass wie Hanuman's poking, prodding und drawing of Blut. Nein, ich wünsche mir selbst herauszufinden die Crest-Power. Die Crest-Power muss haben einen bestimmten Limit, richtig? Frau Reia sagt, dass irgendwelche Limit werden müssen die Protektion der Frau, aber das ist nicht das für mich. Du sammelt bestimmt keine Wachen. Oh, danke. Ich habe die Hoffnung von immer zu finden. Ich habe die Hoffnung. 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 Es ist ein bisschen ein bisschen gewalt. Ich habe die Hoffnung, dass du wirklich verändert hast, dass du eine gewaltt hat, dass du eine gewaltt hat? Wenn das jetzt passiert, dann was die Hoffnung von der Ritual? Ich denke, dass die Hoffnung von der Ritual ist. Ich denke, die Hoffnung wird da sein. Naja, ich sag's mal so. Oh, ich hab ihr das Falsche gegeben. Die sind ja Hirsche und keine Löwen. Ich hab falsch geguckt. Aber gut, was... Was im Prinzip ja die Offenbarung ist, das sehen die zwei ja dann spätestens beim nächsten one. Wer sieht der? Ja! Bin ich doch immer! Hm... Hört ihr denn auf das andere? Warum guck ich hier überhaupt rein, ey? Und hier keiner drin ist. In was für ein Haus bin ich jetzt reingegangen? Ach so, in die Adler. Ach so, in die Adler. Was? Starke Gene. Ach so, in die Adler. Ach so, in die Adler. Ach so. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier das geführt wird. Aber dir hätte ich gedacht, dass du derjenige bist, der so Accessoires macht. Okay. Okay. Aber dem Igel... Etui könnte ich mir denken, dass es Birney ist. Ich kenne doch meine Birney. Die Süße. Können wir vielleicht noch was essen? Ferdinand. Hab ich aber schon hoch. Den anderen brauche ich leider nicht so. Das heißt, ich habe die hier unten jetzt alle abgekaspert, ja? Dann gehen wir mal in den Dom rein. Hallo David! Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Okay. Ich habe noch sechs Sachen, die ich machen kann. Ja, ich möchte ganz gerne den Zettel lesen. Ich soll einen Brief an meinen Bruder schreiben, aber mir fällt nichts ein und außerdem ist das so schrecklich mühselig. Sei mal ehrlich und schreib, dass du darauf keinen Bock hast. Ach, den halt nicht. So, ich muss leider einmal den... Jetzt habe ich meinen Zettelchen. Ach doch, da hier. Wir könnten einmal, müssen wir den Juri nötigen, wenn ich den finde. Juri! Ach, da ist er ja. Und ich... Und ich... Oh, der Linhardt. Der Linhardt macht auch noch. Wenn ich ihn jetzt finde. Und... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wir müssen halt ein bisschen mit dem Glauben ein bisschen ankommen. Ebenfalls Juri. E plus. E plus. Darum. Darum. Habe ich das jetzt auch gemacht? Wenn ich so, dass ich die dazu zwingen möchte, es geht mir dann nur darum, dass die da hinkommt. Genau, nur mein Äußeres hat sich verändert. Uiuiui. Jetzt sieht das schon wieder so viel aus. Und wieder irgendwelche Items. Können die nicht mal einfach auf ihren Kram aufpassen? Bogen. Weil Faust wäre als nächstes eigentlich ganz gut. Keine Ahnung, dann rennen wir mal mit Lorenz. Wo ist denn Lorenz? Sagt der da ganz hinten. Hat er sich dahinter versteckt, oder wie? Nächste Woche, wir werden die Ceremonie der Graduatung machen. Obwohl es wird ein Verständlich verabschiedet. Nächste Woche, wir bitten, dass du deine Däuner ausstattest, so gut wie du kannst. Um zu erinnern, dass unsere Studenten bleiben calm. Aber sie ist doch doch. Ich verstehe doch. people what about you professor you are a true ally yes schießt hat sich auch von rennen hier convincing and still simply must take you at your word jung jung ich hab einfach viel zu viel von orkwärtschen items die ich los hätte the holy tomb huh i've worked here for years and this is the first i've heard of it i mean it does make some sense sort of something about it is still weird i understand now why they build the monastery in the mountainous center of fowdlin although when the monastery was built the kingdom and alliance weren't even around yet but look how cleverly it was placed right in the middle of the empire kingdom and alliance that's weird right ja man muss ja nicht alles immer so ich ziehen kannst du wert yes endlich endlich das heißt ich kann endlich auch ein examen continue professor i feel as though you've been a bit distant it's like your sort of floating above the clouds separate from other people but you've got no interest at all in ever coming back down how can i help Die sind schon lieb zu mir, ne? Ich hab nichts mehr für meine eigenen Leute, aber für alle anderen. Ich hab nichts mehr für meine Leute, aber ich hab nichts mehr für meine Leute. Diese Transformation wurde in Teil der Macht der Kräste gebracht. Das wäre die meisten... Ich denke, interessant ist zu klein ein Wort. Aber trotzdem, es wäre eine absolut excepterliche Erdbewegung. Um sicher zu wissen, müssen wir weiterentwickeln. Also, schau mal. Was? Ein fuller Physikal ist in Ordnung, ja? Wir müssen wissen, ob diese Transformation dich adverslich beeinflusst. Schau mal, es wird ein bisschen verletzt. Oh, ja, ich... Ich... Ich sollte Manuela nennen. Entschuldigung. Er hat's auf jeden Fall noch gerafft. Kurz vorm Ende. Ist ja doch ein relativ schlauer Kopf, ne? Noch ein bisschen was Farbe antworten. Kann ich ja schon mal so vielleicht rummachen. Einfach. Ja. 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 Aber... Ich bin ja schon mal so. Ich habe das Gefühl, dass es etwas ganz anders ist zwischen Frau Rea und meinem Bruder. Sie will etwas machen in der Heiligen Tumbe. Ich weiß nicht, was aber... Hm. Wenn es sich zu Ende ist, hoffe ich, dass sie wieder zurückkommen zu ihrer Freundschaft. Wie immer war es. Wie gehört's? Ah, doch. Also sie gehört immer noch zu den anderen und nicht zu mir. Ja. Ja. Ja so. Es ist nicht möglich. Mr. Deiner kindern? Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch überbeitsst. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch über den ganzen Team. Ich bin ja auch nicht. Schöner. War es sehr, dass du nicht da bist? Ich bin ja auch immer wieder. Ich bin ja auch noch. Was nicht easy für dich ist. Ich habe denen das so oft schon gegeben und man wollte das nicht. Ich fühle mich minimal verarscht, aber nur minimal. Hast du irgendwelche Quiz? Wert von Geheimsten? Oh, der alt nicht. Wahnsinnig. Warte, was kannst du für eine Fortbildung machen? Ein bisschen Magie kann ja nicht schaden, ne? Fertigkeiten. Dann nehme ich doch den Axtbrecher raus und dafür die Anruft rein. Das ist irgendwie cooler. Ja nun, wo ist er denn? Ich habe noch wieviel? Zwei. Wo muss ich denn hin? Eine eventuelle... Versteht Unterstützung? Na gut, dann machen wir mal. Ich bestimme selbst, natürlich. Ich muss Kasper und Juri ein bisschen pushen. Wo ist denn Juri? Da ist er. Er muss in ihr Glaube. Er muss in ihr Glaube. Er muss in ihr Glaube. Kasper? 60. Alle anderen sind jetzt glaube ich nicht so gut dran. Es kann dann so funktionieren. Die zwei waren mir halt wirklich wichtig. Da war die Gruppenaufgabe. Verarbeiten. Die zwei können. eine Frage. Was denn? Ach stimmt. Du bist ja jetzt so hart. Leute. Manche Leute fürchten sich vor Käfern oder tausendfüßlern und kommen mit Fliegen und grillen, aber prima zurecht. Warum ist das so? Es sind alles Insekten, aber jeder hat ihre Besonderheit. Vielleicht hat das mit der Anzahl der... Ja, das war eine gute Antwort, finde ich auch. Okay. Ah, Luis möchte mitmachen. Hallo Professor. Du bist wirklich auf dem Weg heute. Ein viel zu machen, ich nehme. Ich bin froh, zu helfen. Sag mir. Ist es alles, was ich tun kann, um dich zu schmerzen? Was merk? Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Na. Wie dein. Zu. Ach. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so zu. Du bist. Das ist ein Verständnis. Meine Eltern sterben als ich klein war. Ich bin zu leben im Monastery. Es war eine sinnvolle Existenz. Aber manchmal eine Nacht passierte, mit magnifischem Armour. Die Nacht war Gerald. Und die erste Mal, als er mich auf mich hat, hat er mich als Schwier gemacht. Was war er zu denken? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich vollständig verstehe seine Logik. Nachher habe ich gehört, dass der Schwier vor mir war von einer schrecklichen Plagie. Ich sah ihn ein bisschen wie er und war etwa der gleiche Zeit, also... ...Gerald fand ich ein verwendungsvolles Geist. Ein bisschen schrecklich, Gerald. Keine Wahrheit über das. Er ist ziemlich ein Charakter. All das war mehr als 30 Jahre vor. Oh, die Zeit fliegt. Ich bin nicht sicher. Du hast ihn niemals gefragt. Na gut, Gerald hat sich gar nicht zu sein. In Wahrheit, über trinken, er hat mir gesagt... Vielleicht ist das eine Geschichte für einen anderen Tag. Insofern, das ist Gerald für dich. Ein von einem Kind. Ich glaube nicht, dass jemand anderes wie ihn ist. Das ist die Geschichte für dich. Insofern nicht so gut. Ach, der ist schon auch wohl sympathisch, ne? Ich muss schon sagen, ich finde ihn ja mega sympathisch. Der macht zwar superschlechte Wortwitze. Aber der ist egal, der ist einfach... Der ist schon irgendwo knuffig. Ich frage mich, was dazwischen den beiden so ein bisschen abläuft. Weil... Da siehst du mal was, die kennen dich doch von früher. Echt, das mit den starken Monstern übersprungen. Kann ich aber endlich mal ein Examen ablegen hier? Jetzt kann ich auch endlich in die Oberstufe wechseln. Aber ich wäre schlechter. Sehr gut. Kaspar, wie sieht's bei dir aus? Wie fehlt dir denn noch? 68. Aber er macht sich. Er macht sich. Kann ich noch alle kämpfen. Ich könnte zweimal kämpfen. Dann machen wir noch lieber kämpfen. Weil das Kämpfen an sich, finde ich, macht hier wirklich Spaß. Gut, dann hat sich das ja bei mir mit dem Schwertmeister ja erledigt. Dann sind es nur noch Juri und Kaspar, die ich drinnen muss. Einheiten. Wer macht den Adjutant? Nicht verfügbar. Jetzt und du kriegst noch einen Adjutanten, du kriegst. Lass uns mal an die Karte gucken. Also wir stehen hier in Reihe und Glied. Können da welche Puffen? Können hier welche Puffen? Ist es nicht? Also erst hier rein, werde ich machen. So, würde ich sagen, können wir so lassen. Ja, du kannst aber schon angreifen. Sehr gut. Sie kriegst du da auf. Frag mich, wo Ruger hat's steckt. Ach, so dangerous bist du gar nicht. Du bist für sich. Mach mal den. Die krittet jetzt auch noch! Was hast du schonmal gesagt? Ich kann nicht vor mir selbst. Warum nicht nimmst du den da hinten? Diese Crit sind die dauernd! 105 Crit, die Bernie schießt alles ab. So schnell kannst du gar nicht gucken. So schnell, wie die jetzt einen los tritt, so schnell kannst du ja gar nicht gucken. Die wollen beide aufbauen. Denn? Schaste. Ich stehe dich aber nicht da davor. Sehr gut. Und der Crit ist jetzt auch. Yes, it worked. Level up. Ich habe aber nicht gesehen, ob der... Ich habe gar nicht gesehen, ob Caspar vom Level her von seinem Hauskampf aufgeschnitten ist. Ich gehe immer noch B+, ne? So, du bist schon mal zwei. Sehr gut. Er bereitet schon mal alles vor. Und die anderen machen dann hinterher, ne? Oh nein. Uff. Aber sie hat Konterangriff, das ist sehr gut. Dass sie zweimal angreifen kann. Oha. Eber und ihr stört mir nicht. Ich habe noch nicht getan. Ich bin schon krass traurig. Ich bin schon krass. 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 Du brauchst auf jeden Fall jemanden, den du boxen kannst. Du brauchst nämlich einen V. Kannst du ihn kaputt buchen? Ich bin sehr krass. Ich bin schon krass. Ich bin krass. Du bist krass. Ich bin krass. dahin box den kaputt das war gemein das war ja mal richtig übel ist schon krass Ne, sie würden halt jetzt. Komm mal. Das war kein Schaden, aber sowieso. Muss halt auch ein bisschen leveln. Also ganz ehrlich, könnte Happy und Bernie einfach nach vorne schicken. Die würden auch alles so wegrasieren. Geheimnis. 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 etwas glück kann ich dich zu machen ich will wegziehen alle anderen sind halt leider zu weit weg das bringt nichts was jetzt warten ist der jahr im zug ist der wird jetzt im schnack den banditen und du darfst den letzten sie sieht schon also edelgard sieht in ihrer rüstung ja schon nicht mehr ausfindig und dann war das jetzt wieder der see bitte nicht bitte kein strand bitte bitte kein strand ja 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 partei wund gilde wieder herstellen wir sind ein paar und da sind ein paar ja los geht's los ich nehme den mal aus der gefecht wird nämlich unser freund nur einmal angegriffen und ich habe ja hier flay noch zur not ich werde das Sigmund? Oh, yeah. Dann ist das alles so ein bisschen verteilt. Du musst doch noch nicht mal kritten. Ein Schalke reicht doch schon, dann ist er durch. Ach. Aber vorbei. Sehr gut. Er lernt auch langsam, das ist sehr schön. Sehr kritisch. Ach, Gott. Gott, hier. Na gut. Er hat ihn vom Pferd geschossen. Wie soll man es anders sagen? Sie hat ihn einfach vom Pferd geschossen. Ich flayen eventuell soweit. Level ist vielleicht gar nicht so gut, aber was soll's? Ich weiß nicht, was wir euch machen. Kannst du den? Ja. Box ihn! Ich finde es immer so seltsam, dass er so einfach mal so losboxt. Wunderbohne. Ich weiß gar nicht, ob das uns noch irgendwas bringt hier. Schießt er mal vom Pferdchen. Schießt er mal vom Pferdchen. Läuft das? Ich weiß aber nicht, wie ich Juri dazu bewegen kann, Glaube zu machen. Also. Wie ich ihn dazu kriege, Leute zu heilen. Weil ich hab das ja schon ausgerüstet. Und heilt sich. Ich denke, sie hält das aus. Ja, ach komm, was ob. Ich steh mal mit dem Hammer eins über. Das ist ja Hammer. Nicht so tragisch. Nicht schön, aber jetzt auch nicht so tragisch. Was ist das denn? Was ist das denn? Vielleicht kann der erst zaubern, wenn der Gauner geboren ist. Ich kenne nur den. Das ist ja lächerlich. Das ist ja ein bisschen lächerlich. Okay. Ja. Naja. Unterstützen? Ich kann Heilung. Ja, lol. Und was passiert? Ja, ja, ist noch ein weiter Weg. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Was geht immer kaputt? Ich meine, sie ist ja niemand mehr mit schwerer Rüstung. Das heißt, sie müsste eigentlich ein bisschen was aushalten. Dann darfst du nicht. Ist ja eigentlich jemand, und? Ah, der könnte vielleicht jetzt auch beim nächsten Examen hochgehen, weil ich glaube, ihn haben noch 8 Punkte gefehlt, die könnte er jetzt kriegen. Drei, als ob. 20. auch ins unerhebliche so du heilst man, das ist mir sehr wichtig ach stimmt, ich habe verrannt, die frage ist, wer kriegt das jetzt alles ab, bricht das der eine tut auch noch okay silent und du kannst Der macht aber auch null Schaden. Ich frage mich, woran das manchmal liegt, dass die einfach null Schaden machen. Liegt das vielleicht eher an dem... Ich will, dass der Gegner sie angewiesen hat. Was wird sie denn auch machen? Klar, jetzt kriegst du bei 10 oder was? Was total unerheblich ist. Aber okay. Hab ich auch nur 5. Die gebraucht. Der war wieder. Der Held des Tages. Mann, ich hätte mich so gewünscht, dass der das schafft. Aber jetzt ist es 68%. Wahrscheinlich immer nur noch 68%. Kann ich nicht noch einmal zum Lernen kommen? Der hat gehofft. Ich hab's schon. Edelgard ist, Hubert ist. Ja, fehlt, ne? Mit 68 ist es mir zu wenig. Ich meine, ich weiß, es fehlt nicht mehr viel. Aber... Es fehlt noch genug. Würde den Gauner wirklich mehr bringen? Ja. Würde... Und zwei Punkte mehr. Na schön. Erstmal die Bataillonskilde. So, dann gehen wir kurz auf. Guck mal, wir haben hier wieder Unterstützung. Dann gehen wir kurz. Du wirst du wiederholen. Du wirst du schnitzelst auf dieser wunderschönen Gesicht, wenn du nicht mehr schmierst. Hallo, Dorothea. Ich war einfach verloren in der Gedanken. Es gibt so viele Dinge, die zu tun, die ich manchmal machen. So viele Nobler des Empires sind wirklich nicht wertvolle. Wenn ich Emperor bin, will ich nur diejenigen, die wirklich gut sind. Es ist egal, ob sie von Nobler oder Kommen-Berriff sind. Nobler oder Kommen-Berriff, oder? Kannst du wirklich das tun? Ich meine, nicht, dass ich nicht in Ordnung bin. Ich würde alle diese Nobler zerstören, wenn ich mögliche. Es ist nicht eine Frage von kann oder kann nicht. Alles, was wichtig ist, macht es und macht es richtig. Der System Nobler hat nur für 1200 Jahre alt. Der Konzept nicht existiert bevor das. Nur 1200 Jahre alt, oder? Du immer sagst so preposternde und unglaubliche Dinge, Amy. Aber irgendwie macht es wirklich für dich. Es ist wie ein Charakter von einem Opern. Ein Charakter von einem Opern? Hm. Wenn ein Opern ist über meine Leben irgendwann, ich weiß, wie ich werde. Der Revolutionärer, der um den Empire zu einem neuen Wunnen? Oder der foolish Ruler, der sie zu weit entfernt hat? Ja, das alles klingt ziemlich violent. Aber in irgendein Weise würde es eine unglaubliche Opern. Du denkst, es wäre eine große Aktion-Pieße, voll von Kombat und Streif? Oder würdest du lieber einen politischen Drama politischen? Das ist genug, Dorothea. Ich beginne zu fühlen mehr als ein bisschen schmerzen. Witzig! Das war jetzt zwar nicht das, was ich wollte, aber ist egal. Wie war ich? Oh, ein bisschen mehr Krimson, vielleicht? Kann ich sagen, Vermilion, insofern? Vermilion! Ich weiß, ich sehe es! Ich habe keine Talenten überhaupt! Ich habe nichts über deine Talenten. Ich habe einfach nur Vermilion über Krimson. Du kennst, Vermilion? Es ist nur ein leichter Schadet von Krimson. Ich glaube, es würde... Das ist deine Artistik-Vision, und ich bin aber ein Medler. Ich werde mein Buch lesen, und dir deine Art. Um, nein, es ist okay. Sag was du sagen. Es ist ein guter Schadet. Ich werde Vermilion benutzen. Danke. Well, ich wäre besser zurückgekommen. Phew, endlich fertig! Ich denke... Alles fertig? Nein, bitte, nicht auf ihn! Alles sieht ein bisschen schadet, nicht wahr? Ironisch, Krimson vielleicht hätte eine bessere Wahl, nach allem. Der Gefühl, der Distanz auf den Pädeln ist ein bisschen strange. Vielleicht sollte man sich näher an, zu solchen Details, wie man schlägt. Ein Schadet von Krimson. Ein Schadet von Krimson. Ein Schadet von Krimson. Aber immer noch, ich... Ich verkehle meine Schadet von Krimson. Jägen Sie haben wirklich möglich. Aiein Schadet von Krimson. Aiein Schadet von Krimson. Bernadetta? Gen! Hm, vielleicht sollte ich meine Gedanken zu mir selbst haben. Bei Bernadette auf jeden Fall. Und kann ich sagen, dass du fantastisch bist. Deine Performance hat mich direkt in das Herz. Das war eine Song von der Mittelfrank-Kapital-Kapital-Kapital-Kapital, richtig? Ah, die guten alten Zeiten. Du musst wieder zurück, Nacht nach Nacht, wenn du es so gut erinnerstst. Vielleicht ein paar Mal. Ich erinnere mich sehr, wie du auf den Städten hast. Du bist die Kapital-Kapital-Kapital-Kapital-Kapital-Kapital. Unserpassable? Ja, das war es. Es ist schwer zu glauben, dass ich diese Unserpassable Songstress in einem Ort wie dieser. Glück ist auf meine Seite, wie immer. Ich kann dich nicht sagen, zu singen Tenor selbst, hm? Du bist genug talentiert für sie. Was hast du da? Ist das eine Anrufe von der Mystischen Songstress selbst? Die Vertiöser sind schwer zu kommen. Die Diver sind eine Delle, aber die Menschen? Nicht so. Und sie haben sich talentiert. Wie gut ich bin, also sehr talentiert. Ich denke, dass du es braucht. Wenn du interessiert bist, kann... Entschuldigung, aber nein. Ich kann diese Weise nicht machen. Brauchte! Du hast es zu verhindern, nein! Ich kann mich nicht mehr an, als zu stehen auf eine Reihe, zu singen in front of ein paar Leute. Du hast nicht gehalten, zu singen für die Kinder. Die kleine sind nicht gut fühlen und sie können nicht schlafen. So ich singe ein Lullaby für Hilfe. Das ist ein weit weg von standen auf dem gleichen Platz wie du hast, mit all diesen Stuffy-Nobles auf mich schütteln. Wahrscheinlich, ich bin nicht genug für das. Reine es in, Eurikins. Es ist die Oper, nicht die Battle-Field. Das ist nicht eine Leben oder Death-Situation. Okay. Das Gold kann gelagert werden. Der Hammer muss auf jeden Fall verbessert werden. Stahl-Axt, obwohl... Weg. Der Kribono von der... Hallo, das war... Manchmal drücke ich auf einfach... Äh... Komm, verwende einfach... Bisschen mehr Glück kann niemand schaden. Was machst du? Spenden. Aber dein Bogen muss ich unbedingt reparieren. Verstehe das nicht, warum ich das nicht benutzen kann. Wie denn? So, der muss auf jeden Fall. Der muss auf jeden Fall. Du kriegst gleich noch ein zweites Schwert. Läuftet. Etra war das mit dem zweiten Schwert, ne? War man dann so schön? Noch das schon mal. Okay. Marktplatz laden, verkaufen. Gott. Das kann weg, das kann weg, Frostbogen kann weg, weg, Panzerbrücher kann weg. Was wir alle haben, erhöht Magie und Glück. Nee, 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 Lager. Nehmen das Göttin in den Ding. Und verwende sie. Nimmst die feinen Kräuter und verwende sie. Redet nicht mehr viel, ne? Bei manchen. So, ich würde aber den Part hier beenden. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sag ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye, bye.